Hallo Leute und willkommen zurück zu Rock of Ages Oh, dramatische Musik von meiner Stimme Ja, wir sind heute wieder zurück Wir haben Florenz vorher besiegt Also wir spielen jetzt nach der Winterpause Also ich habe ja vor dem Winter oder während dem Winter so ein bisschen aufgenommen Darum hat es jetzt bei den letzten Videos immer Schnee Aber ja, es geht noch ein paar Malchen Aber ja, jetzt nehme ich wieder auf im Sommer Danach haben wir keine Schneeflöcke mehr und keine Turtelhauben mehr Also die roten Hauben von Santa Claus Ja, und heute spielen wir in Piermont Ist das noch in Italien? Ich glaube, das ist der Italien Ja, Piermont ist definitiv noch in Italien Ja, ja, ich hatte es ja noch das letzte Mal, wie das hier die Schweiz war und so Oh, Bramerate Ja, und hier ist Piermont Und das werden wir gleich angreifen Und ich mache mich schon mal darauf bereit, mit meinem Stein mal wieder zu versagen Weil ich habe das Spiel jetzt schon... Oh Oha Mit Kanonen Oh mein Gott Ja, PMO hat auch einen verwundbaren Punkt, wir haben das gehört Äh... Das ist... Ah ok, das ist so ein Bosskampf Jaaaa Jaaaa Bosskampf Jaaaa Du hast einen verwundbaren Punkt... Äh, Kanonen Du hast einen verwundbaren Punkt Alter, ich muss darauf, nicht wahr? Jaaaa 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 Ich hab... Zu wenig Schwung Zuböd Ich hab' mich noch einmal getroffen, das könnte n 스펀을 gehen Ich muss dann vielleicht auch neu starten, weil meine Kuh schon ziemlich zerbrochen aussieht. Und die dramatische Musik im Hintergrund spielt auch und sie geht mir auf die Nerven. Nein, sie geht mir nicht auf die Nerven. Die Musik übrigens in Rockavages ist episch. Epic Jump! Ja, krass zu sehen, nur dein Buttcrack. Ich sehe, das muss eigentlich zensuriert sein. Alles, YouTube wird mir das Video bestimmt sperren. Ich seh schon. Na, Alter! Ja, ich weiss, das ist eine gute Impression von dem Stein. Ich bin sehr gut darin. Also neuer Versuch, neuer Versuch. Diesmal gehen wir rechts hoch. Ich bin ziemlich unfähig, ich weiss das. Aber dieses Spiel kennt übrigens auch keine Physik, weil ein Stein der... Ooooooh! Komm schon! Nein! Alter! Okay, jetzt bin ich kleiner geworden, jetzt passe ich durch die Kanonen. Okay. Wie lange brauche ich die, um da hoch zu rollen, wenn ich so bereit bin? Okay, jetzt war so lange. Gut, gut. Dann muss ich etwas... Sobald es ein Blättchen... Wisst ihr, wisst ihr, wie schwierig es da den Namen, dieses Wort nicht zu benutzen? Um da clean zu bleiben? HILAAA! In your face! Also in... In dein Blättchen. Oh, ich seh hier unten einen Rock! Äh... Wieso rauchen ist... Rauchen ist... Rauchen... Rauchen... Er... Das ist bestimmt einer, der vom Matrix-Team kontrolliert, wenn ich siehs. Von... Ah! Wieso... Das ist unfair! Alter! Das war... Das ist nicht fair! Alter! Oh, ja... Naah... Oh, 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 oh... Ich will ein Feuersteinchen... Kann ich jetzt dort nochmal hingehen und ihn nochmal treffen? Nein, kann ich nicht! Oah, nein! Kacke! Was ich meine... Brauner Stinkhaufen! Oh, er hat schon mehr Cracks in seinem Buttcrack. daaa wow hui high speed stuff man epic boss battle den ich wahrscheinlich verlieren werde aber ich kann es ja trotzdem noch versuchen dafür bin ich jetzt klein und schnell oh god hui ich werde mal hier campen das hat schon mal funktioniert ok wir warten auf piedmont der eine maschine ist das ist ein matrix typ ich sehe es ich weiß es ich weiß es komm schon nein alter das war knapp aber ich glaube das werde ich tatsächlich so was von verlieren oder es wird noch ziemlich lange dauern bis ich so was gemacht habe wieso hat denn meine kanone kaputt wie war wie sollst du eine kanone von mir kaputt das ist ein witz ok der darf das nicht cheated ok dann treffe ich nicht mehr kanonen ok aber wenigstens hat mir das video am anfang gezeigt wo er seine schwachstelle hat das hat schon sehr geholfen ich konnte jetzt gerade schiff drücken um zu bremsen weil das ja bekanntlich minecraft ist und los und treffer jungs und mails und ja sein blättchen wird jetzt bald zerstört sein ja high speed die kugel du kannst das kugel des todes ja gott palisten nicht cool ja nein noch mehr tnt noch mehr katapulte nicht cool ja au ok glaube ich kann nicht kleiner werden als das oder schon ok 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 habe ich gleich nein dann verpasse ich den verpasse ich oh ja mon dieu der hat mich schon wieder eine kanon zerstört der tipp der cheatet der cheatet einfach also ich muss ihn je mit einer kanon ok das ist wie ein mario boss battle möglich eigentlich auch mario derp jeder macht mario ja das waren fail ok nicht springen aber genug anlauf wenn alter was ist mit meine frame rate die magt mich nicht mehr also mein bez Manchmal mag ich mich... Das ist die letzte Kante. Da musst du bremsen. Jetzt kommt sie gleich rum. Bums! In your face! Also nicht in dein Blättchen... In dein Blättchen, meine ich. In dein Blättchen vor deinem... Sieg! Ich wäre angewonnen, Leute! Oha, mhm, aha, mhm, yeah, aha, yeah, weiter. Wir haben keine Statisten, leider. Aber ich denke, ich werde das so als Boss-Battle stehen lassen. Und im nächsten Video werden wir dann weitergehen nach... Dion! Das ist François, denke ich mal. Ich glaube es. Ruf ich zum Schlüssel. Ja, ich glaube es ist Dion, aber ja, das wird lustig. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao! Und dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020